Herzlich Willkommen liebe Freunde. Der Blog Jojo und der Professor kümmern sich nicht nur um Ground Hopping und Reisen, sondern auch um Essen, was es dann so gibt. Guck mal hier. Das ist Taco Bell. Ist ehrlicherweise mein Lieblings-Fastfood-Laden in den USA. Fastfood und vor allem Ketten sind nicht so mein Ding normalerweise in Europa, aber in den USA ist das ja quasi Local Food. Und wir haben hier für, was haben wir eigentlich gezahlt? Für 15 Dollar eine ganze Menge Auswahl an so Burritos gekriegt und vor allem kriegt man so viele Soßen dazu, wie man will. Früher gab es noch die grüne Soße. Taco Bell-Kenner werden das wissen. Das war die richtig geile Soße. Die gibt es jetzt nicht mehr. Das ist ein ziemlicher Skandal, aber da muss man durch. Also auf jeden Fall jede Menge Burritos, Tacos und so weiter. Die pfeifen wir uns jetzt rein. Was ist eigentlich eure Lieblings-Fastfood-Kette? Kommt mal rein, ich weiß, McDonalds und so weiter. Aber kennt ihr im Ausland vielleicht geile Fastfood-Ketten, die ich noch nicht kenne? Dann empfehlt sie mir mal weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz schönen Tag und ich trinke jetzt einen schönen Schluck Mountain Dew.